so seid ihr ready? Schauen wir mal, wie der ist. Oh, das war eine geile Folge, oder? Bisschen laut, oder? Ich fummle an der verkackten Lautstärke rum. Äh? Hahaha! 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 Bitte, nochmal bitte! Oh, das ist, das, wie haben die das, das ist ja die Original, das ist ja dieser, wie heißt der, Felix Ransayer, ne? Nee. Äh, sorry, oh Gott. Er ist auch geil. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Warum sind wir immer hier? Nur um zu schütten. Ja. Ein Schmied auf 5 Dänien. Ein Schmiedesbruch wird in diese Kasse, ohne dass sie nicht geschenkert werden. Was ist das so? Ja. Was ist das? Ja. 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 Ich weiß nicht, ob das Staged war, aber es war trotzdem funny. Ich bin unter der Wasser. Please help me. You're too much raining. I love cats so much. You got the love, you got the love, you got the love, you got the love, you got the love. Was das Red Dead Redemption, Leute? Kann man da Katzen treten in dem Spiel? Was macht der? Ach so, die Kappe auf Hongkong. Ich weiß nicht, dass das Staged war, bitte. Ist das hier der jüdische Song Contest? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Jerusalem, Klagemauer. Ach so, sorry, da war ich noch nie. Ich klage mein Leid immer meiner Frau. Meine Frau ist meine Klagemauer. Maschallah, voll die Hübsche. Das hat die geschrien. Das hat die Hübsche. Aber wie die Dudes einfach überhaupt keine Miene verzogen haben. Geile Folge. Bless you. You good? 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 Ja, der Stuhl hat's gerettet. Unangenehm. Fuck! What the fuck is taking so long? Ha 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 ha. OH FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUCK. This is why mom does not fucking love you. Was? Irgendjemand liebt ihn nicht? Oh, Jesus, Leute. Nochmal, bitte. Moment. Sagt er wirklich, this is why mom doesn't fucking love you, oder was? This is why mom doesn't fucking love you. Ach du, die Katze unten. Das war's für unser Fels-Compilation. Komm, lass ich klauen mir, Jimmy. Boah, es killt mich heute. Idiot. Ah, das war eine geile Folge, oder? Applaus Musik 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 Bis zum nächsten Mal.